Rund ein Dutzend neugierige Berner warten am Mittwochmorgen am Provisorium der Nationalbank auf die Ausgabe der allerersten neuen 20er-Noten. Die Vorfreude und der Gewunder ist gross. Ja, ich finde es ein schönes Gefühl, wenn man etwas Neues in den Händen halten kann. Bei der 50er-Note ging es eine Zeit lang, bis ich dann tatsächlich eine hatte. Und jetzt bei der 20er-Note habe ich gedacht, wenn ich gleich nebendran arbeite, dann gehe ich schnell vorbei. Weil ich schon bei der 50er-Note bei den ersten war und ich habe mit meinen Schülern darüber gesprochen und die haben gesagt, du musst auch wieder die erste bekommen. Und jetzt bin ich da, weil wenn die Schüler das wollen, dann mache ich das. Um Punkt 8.30 Uhr öffnet dann der Schalter. Und auch am Bankomaten gibt es nun die neuen Noten. Super! Das ist an der Nationalbank, wo sie die Finger nimmt, die Hände und Füße, gell? Es ist ein gutes Gefühl. Nicht gerade geschichtsträchtig, aber es ist etwas zum Erzählen. Es ist eine gute Geschichte. Sie gefällt mir sehr gut, vor allem, dass es Schmetterlinge drauf hat, die violett sind. Die neue Note gibt es nun zuerst in den grossen Städten. Im Laufe der nächsten Tage ist sie dann überall erhältlich. Die alten 20er-Noten behalten aber ihre Gültigkeit.